Was soll ich noch sagen? Was soll ich noch sagen? Nach dem letzten Spiel, wo es völlig ausgeartet ist, im Eigenheim von Wulff, da oben drinnen, in seinem Vogelkäfig, bin ich jetzt wieder dran und ich hoffe, ich kann ein bisschen mehr reden als lachen. Und wir haben ja endlich mal wieder ein Länderspiel. Der Wulff spielt mit Schweden und es geht zum ersten Mal gegen Kamerun. Na, das kann doch mal eine geile Sache werden. Unser Gegner heißt Verkus. Verkus, wie auch immer, aber egal, uns interessiert Schweden, der Wulff, ob er Bock hat, ob er hier ein paar Tore macht und Göttlich Safari. Jetzt schon wieder Safari und Ibrahimovic und Ibrahimovic lässt ihn aussteigen und dann muss er, oh, das ist schon gefährlich, Sebastian Larsson, Göttlich. Nochmal und die machen hier sofort Dampf. Johann Elmander und Ecke, Sebastian Larsson natürlich. Und schöne Flanke, Kopfball und auf der Linie kann den Makun mit der Brust klären und sofort auf Eto'o, aber das wird geklärt und nochmal geklärt und Schweden hat Bock. Mit Elm und Elmander. Elmander. Das war natürlich zu fahrlässig, der Ballverlust hier und lustig gegen Imana. Und Isakson, deswegen ist es ein guter Torwart. Und Göttlich Safari mit Ibrahimovic lässt sich jetzt schon weit zurückfallen und zeig mir, was du kannst. Ibra Kadabra, schöner Pass auf Tollwunden und das Abseits. Deswegen lässt den Mann da einfach gleich weg, weil der Torwart hat jetzt Bock. Der Torwart spielt vor allem den Laufpass, wo er gleich mitläuft. Er wollte gleich ins Mittelfeld vordringen. Schön von Grandquist, da ist er läuferisch unterlegen, aber stellt den Körper gut dazwischen. Und hier, Göttlich, Sebastian Larsson. Oh, da aller Glück auf Elm. Nochmal Larsson. Wird aber abgefangen von Imana und Kweuke und Mukancho. Mukancho, natürlich, die Hoffnung ruht natürlich auf Samuel Eto'o und der soll natürlich bedient werden damit, aber gegen den Olsen ist das keine... Das wird nichts. Und Tollwunden gleich wieder. Und Matip von Schalke zieht mal einen ab hier und abgefälscht zur Ecke. Die tritt Imana und er ist gut. Und da ist das 1 zu 0 durch eben diesen Matip von Schalke. Starker Kopfball, wuchtig, keine Chance aus vier... Aus vier Metern fallen mir nicht ins Wort. 1 zu 0. Kamerun. Kamerun. Ach Gott, Alter, komm. Müsste deinen Vogelkäfig da oben mal aus. Das gibt's ja gar nicht. Wenn man so viel Quatsch mit Soße labern kann und Eto'o ist, Eto'o ist, Eto'o ist, Eto'o ist, Eto'o ist, Eto'o ist. Ahhhh. Der Doppelschlag von Kamerun. Ja. Da wurde wohl jetzt wieder anfangen zu verlieren. Ich würde sagen, du gibst nur mal Mühe. Ich würd sagen, du spielst einfach mal ordentlich Ja, ist ja noch Zeit, kann man noch ein paar fressen Na, Quatsch, gib dir mal Mühe Ja, Arsch mit der Quolke Da heißt der Que-U-K Que-U-K Und schon wieder Boah, Junge, Junge, Junge Die haben da Probleme mit dem E2 Der ist halt immer noch schnell und so fort Ein bisschen Dezenz ab Eigentlich gelb, dafür dass er den noch schießt Der ist sogar näher am Tor als Isakson Also wenn das mal kein Abseits ist, dann weiß ich es auch nicht Wahnsinn, so sehr muss man erst mal im Abseits stehen Und jetzt mal hier Ibrahimovic auch noch Ja, jetzt mal ein bisschen Hasseln Kann man holen über Mukancho Und schon wieder Laufpass auf Quolke Und da ist E2, dann steht es 3-0 Nee, doch noch nicht Kann er gerade so noch klären Das war jetzt nicht selbstverständlich Und so wieder schön Und Lars, so ein schöner Ball Auf Ibrahimovic Jetzt mal was machen Mit der Qualität von dem Ibrahimovic Ibrahimovic macht das gut Macht das gut Hat erst, behauptet erst mal den Ball Geht einfach durch Ibra Kadabra Was macht er, was macht er Von Zweien jetzt verteidigt Jetzt muss er auch mal sich entscheiden Passen, flanken, schießen Irgendwas Er macht's, kommt jetzt schlecht Aber der kommt zu Elm Schade Und ja, gleich wieder Kamerun Mit Quolke Und Mukancho Und QUG 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 Klingt doch irgendwie besser Klingt doch eher afrikanisch Oder? Wow Das ist ja schon eine Reutige Attacke hier Das war schon böse Von Kanabik Natürlich Bam Wow Schön den Elmander Von den Beinen geholt Ganz klar gelbe Da wird auch nicht viel protestiert Das wusste er selber Das geht so nicht Ja klar Kranquist sitzt ja bei Das wird zu leicht Oh, ich hab's aber angesagt Es war nicht Ibra Aber Es werden Fall und Ziel angesagt Ja, das war souverän Und ein Wurf Kamerun Mit Matip Und Emana Um Asui Koto Von Tottenham Da geht's einfach durch Der wird auch nicht Ordentlich verteidigt Isakson war schon Mit auf dem Weg Und Ja, erstmal geklärt Wernblumen Aber ganz schwach Und so kommt nochmal Kamerun In der nächsten Chance Vielleicht Über Emana Ist gut Ist gut Ist gut Oh, Isakson Muss da hin Boah, die schwimmen jetzt Dann kriegen den Ball Nicht raus Und dann Zum Glück Ein schwacher Schuss Manu Mann Jetzt mal bitte aufwachen Schweden Vor allem Standard Team Als würden so viele Leute Schweden nehmen Und Emana Emana Geht da auch einfach durch Lustig Ist zwar dabei Gute Flanke Wieder Oh, wieder schlecht geklärt Oh, das ist das 3 Zu 0 Von Samuel Etou Beim Schuss Ist er nicht im Abseits Das Wird jetzt langsam bitter Schweden Hat hier Riesenprobleme Sieht man auch hier An dem Pass Schon wieder Die sind völlig Von der Rolle Das geht so nicht Aber jetzt Asurikoto Kamerun Denkt doch gar nicht Drüber nach Hier aufzuhören Die machen weiter Vollgas Bis der Wolf Rage quillet Aber das wird Natürlich nicht passieren Aber du könntest Jetzt mal Hier Ruhig bleiben Lass mal Tschin Ja Junge Ist ok Warum denn nicht Du hättest doch nicht Nehmen müssen Ja Dann lass dich doch Deswegen sollst du dich Aber jetzt nicht Auseinander rupfen lassen Mein Gott Wie so ein Truthahn Also AC Mailand Scharabi ist nämlich Jetzt im Eiland Und Elm Und das ist wieder Dünne Wahnsinn Zack Wieder back to the roots Hauptsache verlieren Und Mugancho Aber abgelaufen Von Safari Und wieder Was ist denn los Schweden spielt ja nicht Mit 15 Mann Dass überall einer steht Jetzt mal Ibrahimovic Vielleicht jetzt der nochmal Mit einer Hauruck-Aktion Dass das Team Ja mal Auf Wach Oh Gut gehalten Gut gehalten Vor der Pause Irgendwie ist noch ein Tor Für die Für das Selbstbewusstsein Und mal Warnblum Auch nochmal Abgeblockt Ecke Larsson Sebastian Larsson Die ist richtig gut Die ist richtig gut Oh Der 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 Jetzt war ich verwirrt Der Den hab ich jetzt auch Drinnen gesehen Fünf Minuten Nachspielzeit In der ersten Halbzeit Weißt du viel Torjubel gab Eieiei Na da kannst du Wunder einmachen Safari Ja dann Zweite Hälfte Mal sieben Minuten Nachspielzeit Dann geht sie heute 120 quasi Wernblum Mit Elm Torwunden Der ist gut Das ist gut Das musst du jetzt mal Warum schießt denn du so früh Warum gehst denn du nicht Noch einfach weiter Aufs Tor Warum schießt Siehst du da schon ab Hm das hab ich gesehen Wie die besser sind Das ist zum In die Ecke Kotzen Da hat er jetzt Mal zwei richtig Gute Chancen Gehabt Aber nutzt sie natürlich Nicht Und ein 3-0 Das ist dann doch Schon ein bisschen Deutlich Da musst du jetzt mal Aufwachen Ja ist egal Die Ausreden Will ich jetzt hier nicht hören Gib Gas Ist noch eine Halbzeit Leute Gebt Gas Drückt dem Wolf Die Damen Ja das ist natürlich Ja das war natürlich Ein Bumstor Aber dann hier Ja die müssen dann einfach rein Die müssen dann einfach rein Sogar mehr Schüsse mittlerweile Als Kamerun Aber Kamerun ist halt effektiv Macht die Tore Das heißt jetzt mal Den Spieß umzudrehen Natürlich ich kann mit dem auch spielen Ja das spricht ja von deiner Qualität Und weiterschicken Weiterschicken Da unten Nicht auf den Das war schon fast ein Torschuss Die Rückgabe hier Und heute wurden Ange Was ist das für ein Das war ja Absoluter Zungenbrecher Du kannst schon halt den super Drinspielen Auf Emana also Körpersprache passt Der Ball kommt Eto Genau Und natürlich erst mal Harte Verletzung Da Ich denke mal Ein Krampf im vorderen Schienbeinmuskel Wird das sein Und Walter Kamerun am Druck Am Drücker Natürlich Am Druck Alter Da fehlt jetzt All diese mentale Verunsicherung Macht sich hier bemerkbar Bei Schweden Da klappt ja nichts Bei der namen ist echt traurig Vor allem das sind teilweise Naja Dass die Spinner Palmer League und so Die können ja eigentlich ein bisschen was Namuganzu hat auch richtig Bock Rennt da direkt ins Aus Bisschen fahrlässig Aber dabei kommt er eh wieder zurück Aber er geht auch wieder ins Aus Nochmal Einwurf Gleiche Position Und Was ist denn das Die Schweden Wären jetzt gern Kameruner Und deswegen spielen sie denen jetzt auch schon die Bälle zu Isakson hat er auch schon das passende Trikot an Und Elmander Das ist jetzt mal gut gespielt Toll wohnen Toll wohnen Jetzt muss auch mal Super Grätsche Sehr sehr gute Grätsche Kann man nicht meckern Und da lässt er sich Fahrlässig überrennen Und jetzt Pass vom Muganzu Der Quolke Der ist schnell Que ok Que ok Das war nicht ok Aber schon wieder ein trauriger Pass Ist ja unglaublich Was machen denn die Wer ist behindert jetzt Die sind einfach verunsichert Ibrahimovic hat keinen Bock Na der ist Schweden verloren Wenn Ibrahimovic nicht spielen will Also Und Sebastian Larsson Aber auch direkt wieder Ballverlust Und Imana Und Makun Ja super Das ist ja durch Ich to Mein lieber Johnny Oh Johnny Warum hast du kein Gewissen Nicht Ok Jetzt ob ich vorhin noch Wirst du Harten Lachfleisch Vom anderen Stern Und jetzt ist er Die absolute Heubur hier Da man Egal Hauptsache machst du Wenens noch einen Ehrentreffer Das gibt erst einen Freistoß Für Kamerun Warum auch immer Aber direkt schlecht Und noch schlechter Und jetzt mal Ibrahimovic Was macht der denn Spiel doch gleich unten Jetzt mal Ibra Kadabra Der Torwart kommt Der Torwart kommt Ist das peinlich Das ist an Peinlichkeit Kaum noch zu übertreffen 45 Meter Sprint allein aufs Tor Und versämmelt den so Unten Jetzt nochmal Elmander Elmander Was macht denn der Man ich reg mich da Über den Spieler auf Nicht über dich Er hat gesagt Was macht denn der Nicht Was machst denn du Und Mukundju Und unten ist Ihr Tor völlig frei Aber auch ein lächerlicher Chip Und lustig Das war ja auch wieder Dünner Also die Schweden Sind ja unglaublich Schlecht heute Hauptsache mit der Hacke Und Elm Mit Elmander Elmander Viel Platz jetzt Da oben ist der Ibrahimovic Jetzt ist er im Abseits Ist wieder viel zu spät Nee So wird das Heute wohl nichts Aber Kamerun passt sich So gerade ein bisschen Dem Spielniveau an Also die Kicken da auch nur noch Das nötigste Zurecht Nochmal Larsson Mit Elmander Elmander will tricksen Aber das Ja Hier nochmal Elmander Jetzt Ibrahimovic Oben ist er doch Warum wird denn da Getrickst Oh mein Gott Das ist hier zum Vorwärtsbrechen Was soll denn das Spielt Spielt Aber wir macht Wenigstens ein Tor Ja Wende durch gewesen Wärst Der oben Wär durch gewesen Hätts einfach gepasst So gut ist Ja Natürlich Hallo Ibrahimovic Der ist doch nicht langsam Der hat den gerade überlaufen Ibrahimovic Das ist mentale Verunsicherung Das ist lächerlich Dass da In keinem Wahl Ankommen Das hat Null Schimchemie Schimchemie Eine Wunderbare Worterfindung Die wir hier gerade Halten Schimchemie Heißt das jetzt Nämlich Nicht mehr Teamchemie Schimchemie Klingt wie Klingt wie Bei unseren Lieben Freunden Aus Asien Irgendwie Da klingt da Alles so Schimchemie Super Danke dafür Er macht Das Nochmal Gegen Kutu Aber keine Chance Imana Und ich hoffe mal Dieser Trauerkick Ist jetzt Bald vorbei Was Teil Alterne Stil Und nochmal Mukanjun Ich finde der Schiedsrichter Sollte einfach Pünktlich Abpfeifen Und diesem Trauerspiel Ein Ende Setzen Das kannst du dir In der zweiten Hälfte Nicht mehr Angucken Was hier Passiert Da ist ja Gar nichts Mehr los Kamerun Ist zufrieden Na klar 3-0 Alles ok Die haben zur Halbzeit Schon die Fässer Aufgemacht Und Schweden Ist nie wirklich In diesem Schweden Ist nie wirklich In diesem Spiel Angekommen Jetzt gibt es nochmal Freisch Klar Matip Chefsache Jetzt in Kamerun Trischt das Ding An nach Hause Und die armen Mitgereisten Schweden Die tun mir echt Leid Die hier die Reise Bis nach Kamerun Angetreten haben Ist ja auch Nun mal Nicht gerade Um die Ecke Und nochmal Emana Emana Viel Platz Isakson Lässt klatschen Und hier Stets Nicht 4-0 Junge Junge Nochmal Glück gehabt 3-0 Klingt immerhin Noch besser Aber Das macht die Sache Nicht wirklich besser Denn Ganz klar Niederlage Schweden Ohne Kopf Und ohne Herz In diesem Spiel Und zum Glück Ist das jetzt hier vorbei Nach gefühlter Ewigkeit Seit Menschengedenken Mal wieder eine Niederlage In Division 4 Also in den Seasons Allgemein Lade jetzt in Division 4 Aber wir werden Natürlich im nächsten Spiel Wieder Besseres versuchen Um da wieder Punkte einzufahren Und bis dahin Rennt nicht alle weg Wegen dieser grausamen Leistung Nicht alle weg Nee Nicht alle weg